Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zum In-N-Outside-EU-Podcast, Folge Nummer 74. Wieder eure Host Jassi und der Marco und wir wollten heute Abend, wenn die Quarter-Final-Workouts rauskommen, kurz einen Podcast dazu aufnehmen. Und jetzt ist es aber gerade so Nachmittag und wir schauen uns jetzt zum allerersten Mal die Floorplans an, die rausgekommen sind, eben bevor das Announcement gedroppt wird und raten jetzt einfach mal ein paar Minuten blöd rum. Genau, dieses Mal sind es ja fünf Workouts. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann ein 3 zu 2 geben für einen von uns, wer näher dran war mit den Predictions. Ach so, du bist immer noch bei deinem Counter. Ja, aber bei den Open war es ja quasi 1 zu 1. Beim ersten waren wir ja beide so daneben, dass keine Wertung war. Genau, und wir schauen uns jetzt die Floorplans an. Nur zur Erklärung, das ist das Layout, das schon veröffentlicht wurde, dass man eben weiß, kann man in seiner Box alles machen, muss man sich zu Not Alternativen suchen irgendwo. Also da stehen halt Sachen drauf wie, du brauchst eine Wand, die Wand muss hier stehen und die Ringe müssen dort stehen und die Stange da und so. Genau, und du brauchst eine Box, ein Ruhegerät oder was auch immer. Genau. Und das schauen wir uns jetzt schnell durch, geben unseren Tipp dazu ab und dann sehen wir später wieder, ob wir richtig lagen oder nicht. Okay, dann scroll doch mal runter. Test 1. Im ersten Test braucht man eine Wand und wieder die Markierung ähnlich wie beim Wallclimb, zumindest die an der Wand dran, die Markierung. Man braucht einen Langhantel und man braucht einen Satz Ringe. Okay, dann ein zweiter Floorplan. Ja, was ist dein? Ja, ich würde erstmal gerne alle Floorplans sehen. Nein, 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 nein. Jetzt gleich. Ach so. Instant, was? Ja, okay. Dann glaube ich, Wall-Facing Hands in Push-Up, weil ist ja nur eine Markierung da. Es könnte natürlich auch irgendwie sowas wie ein Shoulder-Tap sein, aber das, ja. Aber das wäre Quarter-Finals eher freistehend. Ja. Das glaube ich nicht. Das glaube ich deswegen. Also Wall-Facing Hands in Push-Up, weil wir das bei den Games schon gesehen haben. Übrigens ganz bei dir. Echt? Tatsächlich. Barbell, puh, das ist natürlich schwierig. Es könnte ein Thruster sein, weil Snatch haben wir schon gesehen. Es könnte aber auch irgendwie sowas wie ein Cleaning Jerk sein. Eigentlich halt bleiben nur Bewegungen, die wir nicht gesehen haben. Vielleicht auch Shoulder-to-Overhead irgendwie sowas, aber Shoulder-to-Overhead glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du? Glaube ich auch nicht. Ich glaube in dem Setting, dass es auch Wall-Facing Hands in Push-Up sind. Die Barbell eher... Oder Lunges zu den Ringen. Eher so Hang-Power-Clean oder sowas. Oder von mir aus Lunges auf der Stelle, Lunges-to-Overhead, irgendwie sowas. Aber eher auf der Stelle, weil keine Bahn einzeichnet ist. Und bei den Ringen glaube ich tatsächlich an Toes-to-Rings. Bei den Ring-Mustle-Ups haben wir schon gehabt. Und Toes-to-Rings, glaube ich, hat man noch nie in so einem Set. Das war auch tatsächlich erst mein erster Gedanke, weil wir ja schon in Ringer 1 und 2 mal bei den Games Toes-to-Rings hatten. Und dann habe ich mir gedacht, ne, er hat ja schon Toes-to-Bar, High-Rep getestet. Deswegen glaube ich an ein komplett neues Movement. Ich glaube an Chest-to-Rings. Das ist leicht zu judgen. Ist mal ein komplett anderer Schwung. Dann wird nur noch Kipping möglich sein und kein Butterfly. Und das ist etwas, wir haben lange keinen Kipping-Pull-Up mehr getestet. Und das ist die einzige Variante, wie man Kipping-Pull-Up hat. Das stimmt, das macht aussehen. Weil Masler war ja auch High-Rep, wenn du es genauer nicht sagst. Und Single-Under hat er letztes Jahr bei den Games eben getestet, weil er wissen wollte, trainieren die Leute jetzt nur noch dieses vermeintlich höhere Movement wie den Double-Under und eben die Basics halt nicht mehr. Und das Gleiche ist, trainierst du noch deinen Kipping-Pull-Up. Deswegen glaube ich an Kipping Chest-to-Ring-Pull-Ups. Und ich glaube irgendwas auf Runden, drei bis fünf Runden mit einer Time-Cap. Ja, da sind wir uns glaube ich einig. Oder vielleicht auch M-Rep-Style. Für den Test 2. Wieder eine Wand? Nein, nein, das ist eine andere Alternative. Test 2 gibt es eine Dumbbell und ein Sprungseil. Okay, ich habe angefangen vorher, jetzt musst du anfangen. Also bei einer Dumbbell könnte man natürlich leicht vermuten... Was ist das für ein Gewicht? Steht das daneben? Das steht noch nicht dabei. Es ist nur ein Floorplan. Gewicht ist noch nicht. Entweder, dass das Gewicht schwerer ist und damit die allseits beliebten Snatches. Alternative Dumbbell Snatches. Oder was ich cooler finde, so eine Abwandlung von einem ehemaligen Open Workout mit, da waren es noch neun Thruster und 35 Dumbbell Lander oder so, dass es dieses Mal einnahmige Thruster sind. Dass mal etwas Unilaterales drin ist, weil das hat man in der Form auch noch nicht. Und das Sprungseil. Die Frage ist, ob es wieder Double Lander sind, weil das waren viele gerade im letzten Test. Oder ob es wirklich gleich Triple Lander sind. Oder wie ich es bei meiner Prediction für 23.3 schon gehabt habe, dass ich sage, okay, Single Lander, Double Lander, Triple Lander, irgendeine fortführende Reihe. Puh, ja, das sind gute Tipps. Ich hätte jetzt tatsächlich bei der Dumbbell auch gerechnet mit entweder dem Single Arm Thruster. Was ich mir tatsächlich aber auch vorstellen könnte, ist ein Dumbbell Squat Snatch. Weil einfach diese One Arm Overhead Mobility Snatches haben sie schon so genügend gemacht. Das ist den Games Athleten auch relativ egal, ob es schwer ist. Ist wirklich wurscht. Aber ein Squat Snatch ist einfach, glaube ich, nochmal eine andere Form. Und ich glaube bei dem Seil, glaube ich, nicht an Triple Anders, weil es bisher, haben wir nie irgendeinen Test gesehen, den es bei den Games vorher nicht gab. Deswegen glaube ich ganz stumpf Double Under Crossover, weil er sehen möchte, hey, habt ihr aufgepasst, habt ihr zugeschaut, habt ihr geübt, was da gewesen ist. Weil es waren sehr viele Leute, die auch auf Instagram so gepostet haben, hey, ich kann Double Under Crossover. Und die können auch mal belohnt werden. Was glauben wir da? Glauben wir MRAP? Da glaube ich eher an Runden für Zeit wie beim ersten, so 10 Rounds for Time. Könnte aber einfach was im Normalfall ist zum Ballern. Wo du richtig... Also 10 Runden auf Zeit einfach mal so gib ihm. Ja. Test 3 braucht man wieder eine Hantel, die 5 Fuß von der Box Jump Box entfernt sein muss. Und bei der Box Jump Box sind Linien eingezeichnet. Also kann man vom Burby Box Jump auch was ausgehen. Und die Barbell, das kann jetzt alles sein, was... Da muss ich jetzt eigentlich wieder anfangen, Marco. Ja, jetzt bin ich schon drin. Achso, ja dann. Das hängt dann davon ab, was vorher mit der Barbell war. Also man könnte mir gut vorstellen, dass es zum Beispiel Deadlifts und Box Jump Overs sind. Aber das ist ja eine tricky Kombi, das hat man ja beim Bundesverband Workout schon so ähnlich. Oder wenn zum Beispiel Deadlifts im ersten Workout sind, dass es da ist, Clean & Jerks. Mhm. So, keine Ahnung, 10 Stück kombiniert mit Burby Box Jump Overs. Und da, durch das heißt es ja bei den meisten Athleten, also bei den Elite Athleten, dauern diese Bewegungen ja alle gleich lang. Also es ist die Frage, ob man da ein schnelles M-Rep macht, ob man wirklich sagt All Out, oder man macht wieder was mit Runden auf Zeit. Also dieses Workout, bin ich mir ziemlich sicher, ist etwas, was unfassbar schnell ist. Es wird ein Power Output Workout. Ich glaube, dass das eine Time Domain von drei Minuten sein wird. Okay. Und ja gut, die Box und die Markierung ist relativ klar, dass es wahrscheinlich irgendwie was mit Burby Box Jump Overs sein müsste. Ich könnte mir aber auch vielleicht mal eine Variante vorstellen, die Box nicht berühren. Also wirklich... Oder die Hände auf der Box. Irgendwie so. Einfach vielleicht da mal eine andere Variante. Und ich glaube tatsächlich bei der Langhandel jetzt auch, kommt darauf an, was in dem anderen Workout ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt nicht ein Clean & Jerk ist oder ein Shoulder to Overhead, dass es vielleicht irgendwas mit unterem Zugmuster zu tun haben muss. Also da glaube ich auch an einen Deadlift. Oder was wir auch irgendwann mal wahrscheinlich sehen könnten, ist so ein Sumo Deadlift High Pull. Das ist auch so eine Bewegung leicht zu judgen. Ellbogen einfach oben, Hüfte ganz gestreckt. Und das ist auch so ein Basic Crossfit Movement. Stimmt, der nie drankommt. Und der, glaube ich, ist in der Kombi richtig mies. Stimmt. Und statt dem Burby Box Jump Overs, vielleicht ist es mit den Linien auch Jump Overs ohne Burby, dass die Hände immer auf der Box bleiben müssen, dass man so ein bisschen die laterale Rotation dreht. Und wie gesagt, Heimdomein, glaube ich, richtig, richtig schnell. Wo schnell ist es. Test 4 ist ein Rudergerät und GHD. Und kein Seil dazu? Nein. Okay. Soll ich oder du? Jetzt bist du wieder dran. Na gut, Rudern und GHD Sit-Ups, wow. Vielleicht aber auch sowas wie ein Hero Workout. Da gibt es auch dieses eine 50 GHD Sit-Ups, 50 Back Extensions, 1000 Meter Laufen. Ich habe das mal gemacht. Das ist ganz, ganz auf Mainzeit gewesen. Man könnte das Laufen ganz einfach durchs Rudergerät ersetzen. Also ich glaube, das Workout geht drei Runden, 800 Meter Laufen damals. Also, glaube ich, an Rudern. Und dann 50 GHD Sit-Ups, 50 Back Extensions, drei Runden auf Zeit. Das wäre dann dieses Hero Workout, wenn mir der Name jetzt einfallen würde. Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Ich habe das dreimal gemacht. Ich glaube tatsächlich nicht an Back Extensions, weil da ist wieder die Judging schwieriger als bei den Sit-Ups. Und berühren und... Ja, ja. Aber es lässt mehr Spielraum bei den Sit-Ups. Du berührst und du berührst vorne das Kissen. Ich glaube, das ist leichter. Ich glaube, dass es vielleicht eine Falle ist. Weil man denkt, jetzt ruht er noch ein GHD. Ja, aber der Boden ist ja auch noch dabei oder das Ruhegerät. Also es könnten auch da... Könnten Triplets sein. Burpees over the Rower mit dabei sein. Vielleicht richtige, weil wir vielleicht vorher mit der Box ein anderes Movement sehen. Also ich würde mich da nicht darauf verlassen, dass es nur die zwei Movements sind. Sondern ich glaube eher, dass es an Triplet wird. Weißt du, was richtig Hardcore wäre? Rudern, die GHD Sit-Ups und dazwischen Press-to-Handstand. Oder so. Das wäre auch krass. So eine Rowing Annie. Und dann immer dazwischen, weil das war auch mal Mainside 5, 4, 3, 2, 1. Rowing Annie könnte aber auch gut sein. 50, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Press-Handstand wäre sehr leicht zu judgen. Das heißt, im Handstand starten. Und dann wirklich einfach nur Fußspitzen berühren unten und wieder hoch zum Handstand. Das wäre sehr leicht zu judgen und ja, das wäre eine fiese Nummer. Das haben sie nämlich ganz oft jetzt auch im Podcast gesagt. Weil wir haben jetzt ja zwei, bis jetzt schon zwei Tests mit nur zwei Movements vermeintlich. Und ich glaube, dass der Boss eher der Triplet geil ist. Da ist ein drittes Movement dabei. Da ist auch so viel Platz noch, gell? Ja gut, das ist ja nur, wie die Kamera stehen muss. Aber ja, wird interessant. Und der letzte Test. Haben wir eine Klimmzugstange, ein Seil zum Klettern und wieder eine Langhantel. Bei den Ringen haben wir gar nicht an Ringdips gedacht übrigens. Gut, die sind da oben ein bisschen komisch zu judgen. Stimmt, aber es stand die Höhe jetzt erstmal nicht dabei. Das stimmt. Ja, fang du an. Naja, also wenn Pull-Up, und es steht ja auch Pull-Up Rig da. Also denke ich nicht, dass es Barmaslabs sind. Weil nicht überall, wo du Pull-Ups machen kannst, kannst du auch räumlich. Ein paar Maslabs machen. Zumal ja die Maslabs auch schon dran waren. Ich glaube da eher so ein Chest-to-Bar. Weil einfach deutlich leichter zu judgen, wie normale. Auch eklig genug mit dem Rope Climb dann. Weil es ja zweimal Pull ist. Und die Barbell. Ja, ist auch schwierig zu sagen, was es damit ist. Weil der erste Impuls wäre für mich gewesen ein Deadlift. Aber dann ist es eigentlich wieder ein Pull. Also wenn ich vorher gesehen hätte, dass noch eine Pull-Up-Stange dabei ist, dann hätte ich vielleicht nicht auf Chest-to-Ring getippt. Sondern da tatsächlich auch eher auf Toast-to-Ring und dann da auf Chest-to-Bar-Pull-Up. Wobei es könnte natürlich auch beim Pull-Up, jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Fenster, ein Pull-Over sein. Also sozusagen verkehrt rum Muscle-Up-Komplex. Feldaufschwung. Ja, Feldaufschwung, genau. Sowas könnte auch sein. Das Seil könnte natürlich auch sein, dass er da diesen Standard auspackt. Bei den Games, da haben sie das Seil ja rausgenommen aus den Workouts. Weil manche Seile waren sehr schwer, weil sie nass wurden von dem Regen. Und andere eben nicht. Und da war der Standard, du musstest klettern und das Bein musste an einer Seite vom Oberschenkel entlang laufen. Also du durftest es nicht zwischen die Beine haben, sondern es musste links außen laufen. Was bedeutet, du musstest im L-Sit hochklettern und vor allen Dingen aber auch im L-Sit wieder runter. Und das wäre natürlich ein fieser Standard, aber das wäre natürlich krass. Aber ich glaube, das ist für die Quarter-Finals tatsächlich einen Tick zu krass. Das wäre etwas für die Semi-Finals, da gebe ich dir recht. Zumal ein Pull-Up-Ring könnte auch sein, so diese To-to-Bar-Pull-Up-Kombi oder sowas. Dreimal eine Langhandel ist schon auch krass in den Tests, gell? Damit es irgendwas Squat-lastig ist. Ja. Oder halt einmal ganz einfach Front-Squats. Dass man gar nicht an so komplexe Sachen denkt, sondern einfach, okay, ich habe eine Handel oder auch einmal Back-Squats. Ja, ich glaube auch Squats. Ich glaube auch Squats. Irgendwie Squats. High-Rap-Squats. Dass irgendein Squat drin ist. Stimmt, wir hatten gar keinen High-Rap-Squat, die ganzen Workouts nicht. Ja. Na gut, das waren jetzt mal unsere Voraussagen. Haben wir ganz schön lange jetzt rumgeraten. Ja. Bin ich mal gespannt, wie daneben wir wieder liegen. Okay. Genau. Das seht ihr dann, wenn es gleich weitergeht mit den richtigen Workouts. Oder wir strahlen es gar nicht aus. Oder so. So, Freunde. Workouts sind online. Ein paar Sachen haben wir ganz gut geraten. Andere wiederum nicht. Wir haben manche immer vergessen. Aber ich finde, wir waren schon der Voraussagen ganz gut dabei. Ja, also bevor wir den Podcast, ist ja nicht immer so schwierig, sich noch daran zu erinnern, aber bevor der Podcast losging, kann man jetzt im Nachhinein immer leicht sagen. Aber Lunch war irgendwie klar und Handstand-Walk war irgendwie klar, dass es dann kommt. Ich würde sagen, wir gehen die Workouts später dann jetzt nochmal genau durch, wie sie sind. Aber was, glaube ich... Da wird sie tatsächlich gleich durchgehen. Ach so. Ganz kurz einmal erklären. Ja gut, machen wir das doch so. Also Test 1 sind neun Front-Squats mit Gewicht 1, neun Handstand-Walks von jeweils 25 Fuß. Mhm. Dann 15 Front-Squats mit dem zweiten Gewicht, 15 Ring-Muscle-Ups, 21 Front-Squats mit dem dritten Gewicht, 21 Chest-to-Wall Handstand-Push-Ups. Haben wir beide zumindest Detail vorhergesagt. Die hatten wir ja beide. Und wir haben ja dann auch gesagt, dass irgendwann mal was mit Front-Squat dran sein will, was einfacheres mit der Langhandel, je nach Test. Also auch da waren wir ganz gut dran. Interessant bei dem Workout, dass das Gewicht erst am schwersten ist und dann leichter wird, gell. Muscle-Ups, haben wir ja vorher gesagt, glauben wir nicht ein zweites Mal. Aber es macht natürlich schon Sinn, sie jetzt nochmal wirklich zu prüfen. Ja, weil vorher bist du schon, sag ich mal, zu den Quarterfinals gekommen. Als Frau jetzt, wenn du überhaupt ein Paar oder einen Ring-Muscle-Up hattest. Ja, oder vielleicht wird es in einem anderen gut, du hast sogar ohne Muscle-Up. Ja, deswegen testet es jetzt einfach auch nochmal genau, ob die sicher sind. Und ja, Hands-and-Walk muss er jetzt auch mal testen. Wegen Semifinals will er jetzt, glaube ich, keinen, der nicht Hands-and-Walken kann. Von daher gesehen, ja. Und es ist ja eher mehr außergewöhnlich, es ist 9, 15, 21, dass die 9 gehen mit dem schwersten Gewicht los. Ja. Das heißt, dieser Kritikpunkt ja oft von den starken Menschen, ja, ich kann meine Stärke nicht zeigen, weil ich komme da nicht hin. Ja. Jetzt geht es mit dem schweren Gewicht los, das sind 70 Kilo bei den Frauen und 102 Kilo bei den Männern. Das ist krass. Vorm Boden, das heißt, man muss es auch cleanen. Also testet man eigentlich den Clean auch gleich mit. Das stimmt. Weil man muss es erst mal aufheben. Das zweite Gewicht ist dann 56 und 83 Kilo, es wird also leichter. Und das dritte 43 und 61. Ja, komplett gestört. Was ich auch krass finde, dass die Chest-to-Walk-Hand-Stand-Push-Ups, also jeweils die erste Wiederholung, muss vom Wall-Climb starten. Das heißt, wenn du da jetzt Singles machen würdest, ich meine, gut, wenn du so weit kommst, dann machst du da wahrscheinlich keine Singles, aber dann musst du wirklich jedes Mal da erstmal hochkraxeln und dann den Händstein-Push-Up machen und dann wieder nach oben kommen. Und wir haben vorher noch so ein bisschen darüber gesprochen, da wieder hochzuschieben. Die Füße müssen ja bei Start und bei Ende wieder an der Wand sein. Das heißt, wenn die die ganze Zeit an der Wand sind, musst du jedes Mal die Reibung von den Schuhen an der Wand sozusagen mit hochpushen. Also die effizienteste Art und Weise ist tatsächlich dann da Freestanding runterzugehen, Freestanding hochzudrücken und dann wieder sozusagen den Kontakt zur Wand zu suchen. Und das finde ich unfassbar cool, weil er damit wirklich den Leuten den Vorteil gibt, die der Bewegung, ja, so wie sie halt am Ende dann sein soll, wirklich am nächsten kommen. Und das finde ich schon geil. Ja, und das ist halt auch, du musst erstmal wieder da hinkommen, selbst meine, das sind jetzt die Top 10 Prozent, ja, aber durch das Ganze erstens musst du in der Lage sein, als Frau 70 und als Mann hinter zwei zu klären und auch auf Wraps zu Frontsquatten. Und den Händstein-Walk, der, glaube ich, geht bei den meisten, also da sehe ich nicht so große Probleme. Die 15 Frontsquats sind dann leichter. Ja, ja, das hilft aber nichts, weil die erste Schwere hat das ja bewältigen müssen. Und die 15 Muscle-Ups sind da halt so in der Mitte vom Workout. Im Open-Workout waren es halt zum Schluss, dass die Elite, die, wenn man hinkommt, noch einen macht oder noch mehrere machen, durchkommen. Und jetzt ist es aber in der Mitte vom Workout. Das heißt, wenn du stark genug bist, das Startgewicht zu klären und zu squatten, bist du bei den Muscle-Ups. Ja, also ich finde das Workout richtig geil. Wie findest du das du? Ich finde es auch super. Und auch mit dem Chest-Wall-Handstein-Push-Up, dass er nicht, Handstein-Push-Up war mit der Wand klar, aber dass er nicht zwei Meter gleiche Handstein-Push-Up kommt. Und, was wir ja letztes Mal schon gesagt haben, bei den Games war er ja schon. Genau. Sogar Defizit. Und jetzt haben sie ihn halt runtergebrochen auf die Quarterfinals. Bevor wir die Workouts eigentlich ansprechen, wollte ich ja nur nochmal vorher sagen, das nehmen wir jetzt wirklich nur just for fun auf, damit einfach, ich meine, die, die unseren Podcast ja hören, da hat sich jetzt natürlich die Mehrheit nicht. Dafür qualifiziert das auch vollkommen. Ja, es sind einfach nur mal ganz wenige Menschen, die das erreichen. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen einfach mal trotzdem nochmal ein bisschen was dazu auf, weil es, glaube ich, einfach mal interessant ist, so drüber zu sprechen. Ja, was machen denn einfach da so Profis? Ja, also dann das Gesamtbild zu sehen, wie wir ja gesagt haben, die Open und dann die Quarterfinals. Ja. Nur nicht damit ihr euch jetzt fragt, so nach dem Motto, was interessiert mich das? Ja, genau. Ich glaube, das ist trotzdem einfach mal witzig. Genau. Timecap von 15 Minuten. Krasser Scheiß. Genau. Mega. Ja, ich würde keine einzige Wiederholung hinbekommen, weil cleanen kann ich das nicht. Und selbst wenn, dann nicht Frontsquadden. Ne, cleanen hatte ich mal 68. Also, selbst wenn ich das mal schaffen würde, das kann ich Frontsquadden. Ich konnte die 102 schon mal, Frontsquadden auch, aber jetzt sicher nicht mehr. Das sieht man mal, gell, wie weit der Sport gekommen ist, das ist mega krass. Ja gut, Test 2. Test 2 ist ein 12 Minuten Armwrap mit 8 Dumbbell Snatches mit dem ersten Arm. Danach 8 Overhead Walking Lunges mit dem Arm. Dann Armwechsel, wieder 8 Dumbbell Snatches. Dann wieder 8 Overhead Walking Lunges. Und dann 40 Crossovers. Würde ich sagen, dann kriegt jeder von uns nur einen halben Punkt. Ne, ich kriege einen halben Punkt, weil ich habe wenigstens Crossover gesagt. Ich habe ja Double Under Crossover gesagt. Aber ansonsten lagen wir ja bis auf den Snatch, da habe ich Squat Snatch glaube ich gesagt. Und wir haben gesagt, vielleicht könnte er auch ein schwerer Snatch haben. Und er ist schwerer. Für die Frauen dieses Mal 22,5 und für die Männer 32,5 Kilo. Also er ist schwerer. Genau. Und die Crossover, was wir auch schon hatten, waren ja bei den Games dran. Und da konnten es manche nicht. Und jetzt ist es schon in den Quarterfinals, um zu testen, ob es die Leute geübt haben. Ich glaube, dass das wirklich kein Problem ist. Weil selbst wenn die es noch nicht geübt haben, kann sich da jetzt, sag ich mal, jemand, der auf dem Level ist, innerhalb von fünf bis zehn Minuten da schon drauf einstellen. Das ist jetzt nicht so schwierig, die Arme da einmal zu überkreuzen. Genau. Und wir hatten noch recht mit schwererem Gewicht. Das stimmt. Okay, Fishing vor. Genau. Zwölf Minuten Armwrap, das glaube ich, zieht schon ganz schön. Zwölf Minuten können da verdammt lang sein. Ja, das glaube ich auch. Weil für die acht Snatches und acht Lunches sind kein Problem. Aber da haben wir wieder die Doppelbelastung an Schultern, bei den Crossover dann auch wieder, dass die frei laufen können. Also das wird auf alle Fälle auch interessant zu sehen, was es da für Scores gibt. Ja. Also da bin ich sehr gespannt. Da gehe ich auch. Ja, schau mal. Wie findest du das Workout? Hat mir noch nicht beschworen, wie du das findest? Auch gut, weil es eben mal keine Double Unders sind. Ja, ja. Also immer dieses ständige Double Unders ballern und auch eine Kombi aus Movements. Erst mache ich meine Snatches und dann muss es oben bleiben. Weil sonst, wenn jemand nur immer High Rep Snatches macht, kann es sein, dass es eine Lockout-Position oben nicht die stabilste ist. Und jetzt ist er aber gezwungen, die stabil zu haben, um die Langes da machen zu können. Und ich finde, das war jetzt schon Test 1 und Test 2 einfach so grundsätzlich so Fitness-Tests, die du liest und wo du sagst so, hey, da habe ich Bock drauf. Also es klingt irgendwie nach Spaß. Kannst du nicht, aber ja. Ja, aber irgendwie ist es cool. Test 3, hattest du recht. Oh stimmt. Wenn du gesagt hast, das ist was Schnelles, das ist ein Sprint. Es sind 5 Runden auf Zeit von 5 Burpee Box Jump Overs für die Frauen über die 24 Inch, also 60 Zentimeter und für die Männer 30 Inch, also 75 Zentimeter. Also 1 höher sozusagen wie sonst. Und einem Clean & Jerk, aber jede Runde kommt ein Clean & Jerk dazu. Das heißt in Runde 1 1, Runde 2 2, Runde 5 dann 5. Und das Clean & Jerk Gewicht sind 83 Kilo für die Frauen und 125 für die Männer. Da müssen einige schon mal Squat cleanen, damit es überhaupt hoch geht, gell? Ja. Das ist krass, ja. Und halt auch öfter. Und nach mehr Burpees wird ja nichts leichter und schon gar kein Squat clean. Und schon gar nicht nach Test 1, den du ja gemacht haben musst. Also die Wall-Facing-Handslip-Pushups. Ja, das ist Tag 2, das habe ich mal vergessen zu sagen. Die ersten beiden Workouts müssen am ersten Tag absolviert werden. Ja. Die zweiten beiden, also 3 und 4, am zweiten Tag. Ja, mit nach meinte ich ja den Tag danach. Also ich glaube, dass das nicht zu missachten ist, ja. Ja, weil das sehr viel Schultern war am ersten Tag. Mhm. Ja, das finde ich auch geil. Also ja, das ist was für die starken Leute und auch für die, die wirklich, sag ich mal, schnell über so eine Box können. Ja, genau. Da musst du jetzt sagen, okay, ich bin stark, aber bin ich auch stark und schnell. Ja. So ein richtiges Power-out zum Workout. Da ist die Time-Cap von 10 Minuten. Und ich denke, dass es da genügend gibt, die es in der Time-Cap nicht schaffen, weil sich die Clean & Jerks dann irgendwann doch zu schwer anziehen. Ja. Soll ich dir sagen, da gibt es auch einen Freak, der das in 5 Minuten irgendwas macht? Ja, den gibt es immer. Das wäre ja auch krass. Aber ich glaube, dass der Großteil erstmal fertig werden muss. Weil das sind in Summe dann doch 15 Clean & Jerks. Ja, ja. Also das ist nicht so ohne mit dem Gewicht. Da kann man ja echt forschen, dass manche Menschen das als immer machen. Ja. Aber die fahren dann ja auch zu den CEMI-Gweißen. Die fahren dann sicherlich zu den CEMI-Gweißen. Test 4, muss ich ja sagen, hatte ich ja grob mit meiner Press-to-Hand-Stand-Idee recht. Aber erzähl mal, was Workout ist. Grob. Ja, grob von der Idee her. Test 4 war das mit dem Ruhrgerät und dem GHD. Und das sind 20 Minuten MRAP von 1000 Meter Rudern, 50 GHD-Situps. Wir müssen erklären, was ein GHD-Situp ist. 500 Meter Rudern, 25 V-Ups. Genau. GHD-Situps, das heißt Glut-Ham-Developer, das ist eigentlich für Rückenstrecker und so gedacht. Das ist das, wo ihr quasi erhöht sitzt. Die Beine sind vorne fixiert, hinten ist auf einer Rolle. Und ihr müsst euch quasi über die Null nach unten beugen und den Boden berühren. Quasi in die Überstreckung gehen und wieder vorne die Polster berühren. Ja. Und Rudern, weil man es echt intensiver macht, ist ja auch sehr viel Bauchspannung, dass ich ja hinten nicht umkippe, sondern dagegen halten kann. Dann sind 50 GHD-Situps ein Haufen. Ja. Wirklich ein Haufen. Und 500 Meter Rudern danach sind auch nicht so easy. Und so als i-Tüpfelchen die 25 V-Ups, so Klappmesser. Also diese Kompression und Ermüdung. Und das war ja das, wo ich vorher deswegen auf den Press-Hand-Stand getippt habe, weil ich gemeint habe, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, nach den GHD-Situps nochmal wirklich zu testen. Hey, wie ist dann der Rumpf denn dann da? Und die V-Ups, haben wir vorher mal geschaut, was ist da der Standard? Da müssen die Füße in der obersten Position höher sein als der Kopf. Und das ist frei gar nicht leicht. Ja, wir müssen über den Kopf rausgehen und dort müssen die Hände berühren. Echt schwer. Das ist auch nicht so leicht. Vor allem zu dem Zeitpunkt ist man mit der Atmung schon richtig durch. Und dann diese Kompression herkriegen und auch das Atem-Timing, dass ich oben das berühren kann, ohne mehr die Position durch eine tiefe Atmung wieder kaputt zu machen. Und 25 ist halt echt viel. Ich finde, 50 GHD-Situps mehr. Die würden mich jetzt nicht so stressen, aber 25 V-Ups direkt hinterher. Also die dann unbroken zu machen, ja. Da bin ich auch gespannt, was da an Runden rauskommt. Das könnte ich mal testen. Man weiß nicht, so 1000 Meter, wenn man jetzt langsam rechnet, für jetzt die Leute, die hier dabei sind, sind es vier Minuten. Die 500 dann nochmal zwei Minuten oder ein bisschen drunter. Dann hat man ja schon sechs. 50 GHDs dauern. Naja, also als ich die viel gemacht habe, das ist auch wieder so ein Punkt, wenn man die viel macht, dann kann man, sage ich jetzt da schon mal, also 25, kurz Pause, 25 geht schon. So ein Gamesathlet macht dann da 50 unbroken, ja. Aber das ist wirklich was, bei den GHD-Situps, wenn du nicht im Training bist, sind sie zart. Ansonsten gehen sie eigentlich ganz gut. Ja, aber das dauert ja auch so ein bisschen hin und zurück. Das dauert schon. Zwei bis drei Minuten, je nachdem wie gut du bist. Gut, Mel O'Brien macht da einen pro Sekunde, ist auch klar. Ja, aber das ist grob sechs Minuten fürs Rudern. Sagen wir drei Minuten. Sechs Minuten für tausend? Nee, achso, du meinst beide. Insgesamt für beide Ruderintervalle. Und die GHDs drei Minuten, dann bist du schon bei neun. Die 25 V-Hubs macht man wahrscheinlich auch nicht auf eine Minute. Jetzt sind wir wieder bei Uncle Raptor. Ja, da hab's anders. Ja, aber dann bist du bei zehn Minuten pro Runde. Also das heißt, du wird sich direkt die Großteil zwischen einer und zwei Runden bewegen und die Elite wird wieder in der dritten Runde nochmal auf Ruhe gerasset. Ja, die Elite zieht halt unbroken durch und dann ist wahrscheinlich das Rudern das Entscheidende. Naja, ich finde den Test auch cool. Also ziemlich viel, aber wie gesagt, es geht ja darum, zu den Semifinals zu kommen. Ja. Und den muss man ein bisschen im Kopf behalten, den Test, weil am nächsten Tag kommt da der letzte Test. Und da sind 21 Deadlifts mit leichtem Gewicht, sprich 70 und 102 Kilo, 21 Chest-to-Bar-Pull-Ups, 15 Deadlifts mit schwererem Gewicht, 83 und 125, 15 Bar-Mass-Labs, neun Deadlifts mit noch schwererem Gewicht, 93 Kilo und 143 Kilo und neun Rope-Climbs. Und für die, die am Vortag gut waren und viele GHGs gemacht haben und viele V-Ups, wenn die auch hier gut durchkommen, sind neun Rope-Climbs dann zum Schluss. Aber mit Füßen, da hatten wir nicht recht. Ne, aber trotzdem, also zu dem Zeitpunkt, und der Deadlift ist ja grip intensiv. Ja, bei dem Gewicht für die Leute nicht mehr. Ja, weil der Chest-to-Bar-Pull-Lapp ist griff, der Deadlift ist griff, der Bar-Mass-Lapp ist griff. Und zum Schluss dann am Seil. Wird auch interessant, da ist die Time-Cap wieder 15 Minuten. Mhm. Also da wird es auch ganz schön interessant. Ja, wirklich interessant. Die Top-Leute sind wieder um die 10 fertig, aber es ist, wie es ist. Also, wie schwer sind die schwersten Deadlifts? Für die Frauen 93 und für die Männer 143. Ja, okay. Das ist sogar noch einigermaßen moderat. Das geht, weil es sind ja in Anführungsstrichen nur neun. Ja. Vor Jahren war ja mal Diane und dann schwerere Deadlifts mit Handstand-Walk. Ja. Und da war das schwere auch die 93. Und ich weiß noch, wie sie die Chairs ja da gequält hat. Und die hat ja schon 160, 170 Kilo Deadlift, wie schwer für sie die 93 waren. Also, das weiß ich noch wie heute, dass sie auch gedacht hat, die gehen gut und waren aber wahnsinnig schwer. Also, die werden da sicher auch nicht so leicht. Aber im Verglichen bei den Männern mit den 143 sind bei den Frauen die 93 ja noch im Rahmen. Also, ich hätte da eher vermutet, dass es dann 102 und 143 ist. Naja, es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Ja. Was sagst du jetzt zu der Gesamtzusammenstellung? Ja, ich finde das super. Also, ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr noch den Pull getestet. Ich finde, der kommt fast einen Ticken kurz. Also, jetzt im letzten Workout kann man jetzt sagen, also, ist er dann wieder da, weil jetzt Deadlift, Chest-to-Bar und Bam. Aber es ist doch nicht so High-High-Rep. Nein, aber es ist viel Pull und viel schwerer Pull. Ja, aber man kommt durch, auch wenn man jetzt, sag ich mal, nicht den Überragendsten hat. Und es… Naja, aber du hast am Vortag Pull und Rudern. Naja, aber viele Leute rudern halt nicht so sehr, sag ich jetzt mal. Naja, aber auf dem Level ruderst du nicht über Köln-Hesseler-See, sondern du gibst dir schon Gas. Also, du hast schon auch deinen Pull mit dabei. Naja, ich finde, also im Grundsatz ist das ein sehr durchdachter Test. Timedomains könnte man jetzt vielleicht sagen. Also, ich hätte jetzt so ein 2-3-Minuten-Ding. Oder jetzt einfach auch mal nochmal so ein bisschen was… Naja, du hast das erste Jahr auch Zeit mit der 15-Minuten-Timecap. Wo man sehen wird, wie schnell das geht. Also, im Normalfall war es ja immer so, dass die Timecap so war, dass die Top-Athleten so ins 2 Drittel der Zeit… Ja, aber so 2-Minuten, 3-Minuten-Time-Domain hätte ich mir schon gedacht. Naja, das kann ja der Burpee-Box-Jump-Overtest sein, je nachdem, wie gut dein Clean & Jerk ist. Stimmt. Aber ich glaube, das ist auch Absicht, wenn es wirklich nur der eine Clean & Jerk immer gewesen wäre, wäre es 3 Minuten. Aber durch das, dass die auch mehr werden, was ich immer spaßig selber sage, Crossfit ist müde, schwere Sachen aufheben. Dass du sagst, die Leute immer sagen, ja, Crossfit, es ist mir zu leicht, ich bin stark, warum sind die Gewichte nicht schwerer? Diese Menschen müssen jetzt beweisen, dass sie auch in Runde 3-4 nach mehreren Burpee-Box-Jump-Overtest mehrere Clean & Jerks damit machen können. Also hast du das schon auch abgetestet, in einem vermeintlich kürzeren. Und dann hast du halt jetzt 20 Minuten M-Rep mit Rudern und GHD. Ja, ich finde, dass es gut ist, dass relativ viele Skills dabei sind. Der einzige Skill, der mir jetzt tatsächlich abgeht, ist der Pistol Squad. Weil den hatten wir jetzt eigentlich in den Quarterfinals bisher immer. Ja, dann kannst du davon ausgehen, dass er in den Semifinals auftauchen wird. Ja, muss er dann so. Und vielleicht dann schon wieder waitet. Weil sie sagen, Pistols musst du können, wenn du da bist, da braucht man nicht rumtun mit normal. Ja, aber das ist ja dann für die Semifinals. Das stimmt. Podcast auch was. Ah ja, natürlich. Genau, aber ich muss sagen, heute sind in Summe mit dem, wenn man die Open da zuzieht, sieht man schon so eine Linie drin. Dass das Gymnastics, da das Skill-Level einfach hochgefahren wird. Dass auch mit anderen Sachen, wie mit Seilspringen das Skill-Level hochgefahren wird. Ja, und dass eben auch so gedacht wird, dass man Basics auch immer wieder, nur weil man sie mal gemacht hat, dass das nicht genug ist, sondern dass man die immer wieder trotzdem noch weiter schulen muss. Das ist ja etwas, wo der Boss echt viel Wert drauf legt. Und dieses, was die immer sagen, Train for Virtuosity, not RX. Das muss man vielleicht nochmal erklären, was das bedeutet. Das heißt, man soll nicht so trainieren, dass man einfach nur immer denkt, ja, irgendeine Übung steht jetzt so und so dran und die möchte ich einfach nur irgendwie absolvieren. Sondern sich wirklich bei irgendeiner Sache immer denkt, ja, wie, wo soll die Reise noch hingehen? Und wirklich dann auch mit dem Mindset so trainiert, so okay, Beispiel ist ja einfach, ja, Handstand Push-Up ist das perfekte Beispiel. Wenn ich jetzt immer Handstand Push-Ups mit einem wahnsinnig breiten Griff trainiere, dann komme ich nie irgendwann dahin, einen freistehenden Handstand Push-Up auf den Ringen zum Beispiel zu machen. Und das ist sozusagen dann die oberste Königsdisziplin vom Handstand Push-Up. Und das meint eben der Boss, dass man auch im Kleinen schon immer so trainieren muss, dass man die Basis schafft für diese späteren Movements. Und das finde ich cool und das finde ich, das macht es auch in Anführungsstrichen berechenbarer, nach dem Prinzip zu trainieren und macht auf jeden Fall Bock auf Crossfit, muss ich jetzt sagen. Ja, und es ist ein bisschen mehr Variation. Voll. Es ist nicht immer nur, es ist ein Seil, dann höchst du ein Double-Up. Also es ist da was anderes. Da sind Handstand Push-Ups dran, ja, aber du weißt nicht welche. Voll. Also das heißt, du musst beide Varianten gut können. Ja. Es geht auch schon wieder, dass man sieht, für die Semi-Finals könnten Handstand Push-Ups dann schon wieder defizit sein. Schade, dass ich mit dem Chester Ring nicht recht hatte. Naja. Naja, aber dafür waren es Chesterbar. Das war wenige. Ja, aber ich glaube, dass er davon auch weggeht, diese Super-High-Rap-Pull-Ups da zu feuern. Ich meine, nachdem sie am Anfang schon die generelle Kritik gab und zum Schluss aus dem Zitat von Glassman, sein größter Fehler war der Kipping-Pull-Up, den er gemacht hätte, den er nicht machen soll. Und ich glaube, dass auf das aufbauen macht nicht so viele High-Rap-Pull-Ups. Ja, der Kipping-Pull-Ups hat vor zwei Jahren, müsste es ungefähr gewesen sein, also noch drei, hat er irgendwann mal gesagt, dass es ihm leid tut, dass er Kipping-Pull-Ups sozusagen ins Leben gerufen hat. Und ja, weil er halt selber auch erkannt hat, dass damit einfach viel Murks getrieben worden ist. Fassen wir es einfach mal kurz. Ich glaube aber, was wir auf jeden Fall noch mal ansprechen sollten, oder das wollte ich eigentlich ganz am Anfang vom Podcast ansprechen. Wie gut muss ich jetzt sein, dass ich da überhaupt zu den Quarter-Finals komme? Und ja, irgendwie mal so ein bisschen, so mal ein bisschen noch kurz als Abschluss drüber sprechen, oder? Ja, man sieht ja, also wenn man sich qualifiziert hat, hat man wahrscheinlich einen Muscle-Up gemacht, jetzt als Frau. Mhm. Als Mann, glaube ich, musste man fast zehn machen. Ich glaube auch. Und selbst wenn ich den einen nicht habe, weil ich den anderen gut war, werde ich jetzt quasi dafür bestraft, dass mein Muscle-Up noch nicht besser ist, weil jetzt bin ich mitten im Workout, wenn der Muscle-Up drankommt. Das heißt, deswegen macht der Test, dass es noch mit drankommt, Sinn. Mhm. Dass es nicht am Ende vom Workout ist. Das gleiche auch mit dem Handstand-Push-Up. Du musstest einen Handstand-Push-Up haben, glaube ich, damit du zu den Quarter-Finals gekommen bist. Ja. Und da kommt jetzt die bisschen schwerere Stufe, weil es einfach weniger trainiert wird. Bei den Frauen musstest du keinen Handstand-Push-Up haben, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass du hinkommen musstest, weil du musstest auch durch die Snatches. Ah ja, stimmt. Genau. Also da kommt jetzt quasi die nächste Skill. Du kannst normales drückte Handstand-Push-Ups, jetzt musst du sie wohlfesseln machen. Und beim dritten Workout, wie weit musste man da ungefähr kommen? Beim, das war ja das dritte Handstand-Push-Up. Achso. Ach ja, stimmt. Shuttle-Rum-Burpee-Pull-Up. Shuttle-Rum-Burpee-Pull-Up. Das kann ich jetzt so gar nicht einschätzen. Da ist jetzt quasi kaum Übertrag da. Ja, da war es mit der Kombi mit dem Thruster. Aber da haben wir eben den Squat, den du ein bisschen vermisst hast in den Open. Der war halt einmal Heavy drin, der Thruster. Das heißt, den hat man da schon auch mit dabei. Und dann sieht man, es ist halt jetzt wenig, was früher oft dran war, sowohl in den Open als auch dann weiterführend, dieses High-Rap-Shoulder-Tower-Head. Hm. Wir haben es jetzt ersetzt durch strikte Handstand-Push-Ups. Stimmt. Das war also dein Kritikpunkt auch, diese Kipping-Handstand-Push-Ups. Ja, die sind anscheinend komplett Geschichte. Die sind jetzt anscheinend raus. Könnte man vorstellen, dass die wieder kommen. Nein, die kommen nie wieder. Auf Parallels. Dann ja, bei den Games. Auf Parallels, dass sie ein gescheites Defizit haben. Games-Athlet kann ja dann an einem Wettkampf auch einen Kipping-Handstand-Push-Up, sage ich mal, tolerieren. Aber der Autonormalverbraucher in einer Box, auch einer, der, sage ich jetzt mal, ländlich auf Wettkämpfe fährt oder sowas, und selbst ein Games-Athlet, ganz ehrlich, der kann halt an Kipping-Handstand-Push-Ups, aber profitiert nicht davon. Das haben sie ja teilweise auch gar nicht gemacht, weil sie ein Stück schneller waren. Carrie Pierce hat gar keine Kipping-Handstand-Push-Ups in Mary gemacht, weil es einfach schneller war. Ja. Ja, gut. Genau. Ich glaube, wir haben schon ein relativ komplexes Bild jetzt gesehen. Wir hatten Laufen drin, deswegen ist jetzt das Rudergerät drin. Was noch fehlt, quasi ist das Soll-Bike. Was so ein Klassiker ist, das denke ich, ist dann wieder Semifinals. Ja, sicher. Ski-Erk auch. Ski-Erk, genau. Schwimmen wird definitiv Semifinals sein, aber das können wir ja dann machen. Weiß ich nicht. Das ist logistisch ja ein Riesenaufwand mit der Schwimmhalle und so weiter. Weiß nicht, ob das Semifinals ist. Weiß nicht. Das, glaube ich, ist wieder Games-Geschichte. Einfach nur, weil es logistisch so unpraktisch ist. Was könnte das sein? Gar nicht, weil man es nicht testen will, sondern weil es wahnsinnig schwer ist, das hinzukriegen. Wer hat sich aus unserer Box qualifiziert für Quarterfinals? Julia Lundbeck und die Jazz. Die starten dann morgen, du wirst wieder die Kamera draufhalten. Wird auch interessant. Ich habe gesagt, erst gibt es die ersten zwei Tests am Freitag, den nächsten zwei Samstag und den letzten am Sonntag. Genau. Und was auch total cool ist dieses Mal, die müssen dann ihre Tests auch online stellen. Also so ähnlich, wie ihr das bei den Open auch gemacht habt. Und man kann aber nicht sehen, auf was für einem Platz man ist. Erst, erst wenn alle Workouts sozusagen schon von allen Leuten gelockt sind. Also erst dann am Sonntag. Also man sieht kein Liederbord. Das heißt dieses System-Gaming und mal gucken, muss ich das nochmal machen? Muss ich dieses Workout nochmal machen? Gehen da vielleicht noch so ein paar Sekunden? Das fällt komplett weg, weil du einfach nicht weißt, was deine Konkurrenz macht. Du kannst für dich selber entscheiden, so ja okay, kann ich da vielleicht das nochmal machen und besser sein, wenn du das an dem Tag nochmal tolerieren kannst, okay. Aber du kannst nicht das, ja, kann ich mich nicht machen. Aber ich glaube, das ist auch durch, dass es wirklich jemand zweimal macht, weil du musst ja pro Tag zwei Tests machen. Und dass du da einen zweimal machst, dafür sind die Workouts schon fordernd. Also auch für Games Athlete ist es schon so, dass da Gewichte dabei sind, die muss man jetzt nicht unbedingt zweimal in der Intensität an einem Tag machen, wenn man noch ein Workout dran hat. Ja, würde ich sagen, ich hoffe, euch das Format hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt, sage ich jetzt mal per se, wenige von euch natürlich jetzt das Workout selber machen. Aber ich finde es durchaus mal so interessant, einfach mal so zu hören, so hey, was macht die Elite da draußen so und ja, sind wir mal gespannt, werden wir auf jeden Fall coole Sachen sehen und schaut euch den, ja, vielleicht so ein bisschen die Announcements auch an. Ich denke, dass da Crossfit wird da einiges an Infomaterial auf YouTube und Instagram und was weiß ich was von irgendwelchen Workouts wieder zusammenschneiden. Das haben die bisher immer gemacht, dass die so manche Athleten sich rauspicken und dann so virtuell halt nebeneinander laufen lassen, einfach mal um zu gucken, wer falsch dabei bei welchen Raps irgendwie wie rum und was für Zeiten sind da möglich. Ist echt cool zum Anschauen. Ja. Und im Gegensatz zu anderen Sportarten, ich meine, so ein Hobbykicker, der schaut sich natürlich auch irgendwie an, wie Messi kickt, ist mir schon klar. Aber einfach so zu sagen so, hey, diese Leute, die jetzt diese Workouts machen, die haben das gleiche Workout auch jetzt bei den ersten drei Open-Tests gemacht, wie ich auch. Das ist doch irgendwie cool. Und ja, schaut euch das auch immer mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist interessant. Und ich finde die Workouts so viel auch gut, dass es ja nicht nur Geballere ist, sondern es ist ja immer eine Skill-Komponente dabei oder eine größere Kraftkomponente. Ja. Früher war es ja oft so, dass es wirklich nur durchballern, High-Rep ist, wo es quasi nur darum ging, stupide durch. Und jetzt ist es aber so, auch müde in Skill drauf haben, auch müde stark zu sein. Also das kommt schon mehr, es entwickelt sich, finde ich, in eine sehr gute Richtung. Finde ich auch voll. Ich bin gespannt, wie die Chest-to-Wall-Hands-Push-Ups ausschauen, ob wir da echt Freestanding bei manchen sehen. Ich bin auch gespannt. Ja, cool. Dann? Hören wir uns eh morgen. Ja, aber ohne dich. Ja, ja. Ach nee, ja. Morgen ohne dich. Nimm doch nicht so viel vorweg. Okay. Na gut. Dann bis morgen. Ciao. 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 Ciao.